Zaya Changemaker, ein Konzept, wofür er hat. Herzliche Gratulation! Chapeau und bravo, Changemaker, für die 10 Jahre. Ich bin sehr froh, dass ihr mit Tom's parteitiert habt. Ein großes Merci für alle Pärs, die ihr an die Kinder gegeben habt. Ich kreise die Daumen, damit ihr ein Tag eine Sucursale in Suisse-Romando öffnet. Liebes Changemaker-Team, danke für eure Unterstützung. Gemeinsam haben wir 95 Millionen Paar Schuhe mit Tom's benachteiligte Kinder spenden. Und auch in Zukunft wird Tom's sich sozial engagieren und von 3 Franken Umsatz 1 Franken in eine gute Tat stecken. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit euch. Feiert schön! Zum 10-jährigen Jubiläum von Changemaker unterstützen wir noch bis zum 10. November mit jedem Kauf von einem Paar Tom's das SOS Kinddorf mit 10 Franken. Ich liebe Tom's und Tom's liebt den Changemaker. Macht weiter so! Ist geil mit euch! Meine Mädchen und mir sind jetzt immer wieder in die wunderschönen Changemaker-Läden. Uns gefällt es hier. Macht weiter so! Liebes Changemaker-Team. Herzliche Gratulation zum 10-jährigen Jubiläum. Ich freue mich schon jetzt darauf, mit euch die nächsten Schulfenster zu organisieren. Bis bald! Wie? Ich finde die Changemaker-Läden einfach cool. Genau wie Tom's. So fängt die Job noch mehr. Herzliche Gratulation zum 10-jährigen Jubiläum. Der Markennamen Tom's leitet sich ab von bezeichneten Tomorausschuss und ist immer für eine bessere Zukunft gestanden. Wir sind stolz darauf, haben wir mit Changemaker für Tom's einen perfekten Partner gefunden und freuen uns auf viele weitere Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit. Mir persönlich ist Nachhaltigkeit sehr wichtig. Schön hat sich das Tom's und Changemaker auf ihre Fahnen geschrieben. Liebes Changemaker-Team. Ich möchte mich noch gut erinnern an eure ersten Schritte als neuer Player im Schweizer Markt. Und jetzt seid ihr schon bei 10 Filialen angelangt. Was für eine Leistung und wie viel Herzblut, die ihr hier drin steckt habt. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und viel Spass für die Zukunft.